2021 nähert sich dem Ende, Silvester steht vor der Tür und wir wünschen euch selbstredend alles Gute. Zeit für einen Blick zurück und vor allem nach vorn. Was erwartet Interessierte und welche Neuerungen sind, Stand jetzt, auszumachen. Der vollständige Artikel mit vielen weiteren Themen ist wie immer in der Beschreibung. Los geht's! Eins ist klar, die aktuelle Situation auf dem Hardware-Markt könnte mehr als nur besser sein. Die noch andauernde GPU-Lage ist ein reiner Albtraum für alle Käufer, die sich oder Angehörigen über Weihnachten ein Upgrade gönnen wollten. Grafikkartenpreise sind immer noch unverschämt hoch und seit Ende November, dank des Weihnachtsgeschäfts, wieder ordentlich am steigen. DDR5-Arbeitsspeicher bleibt einfach nirgends lieferbar und mit dem derzeit herrschenden Chip-Mangel gibt es keine Sicht auf schnelle Besserung. Das muss jedoch nicht unbedingt einen hoffnungsvollen Blick in Richtung Zukunft trüben. Aus CPU-Sicht wird 2022 nämlich eine vollgepackte und spannende Zeit. AMD konnte es Intel in den letzten Jahren durch immer stärker und attraktiver werdende Ryzen-Prozessoren wirklich ungemütlich machen. Nicht zuletzt auch wegen der stagnierenden Evolution der Intel-Chips. Gerade die mächtigeren CPUs der 11. Generation Rocket Lake konnten nur wenig überzeugen. Zu ineffizient und unattraktiv für viele, während AMD mit Prozessoren wie dem Ryzen 5600X und 5800X immer beliebter wurde, besonders unter durchschnittlichen Spielern. Der jüngste Intel-Order Lake-Launch brachte wieder Leben in der CPU-Markt. Durch neuen DDR5-Arbeitsspeicher, Big-Little-Prinzip und veränderten Sockel- sowie Mainboard-Spezifikationen konnte sich Intel wieder mit Frischluft AMD gegenüberstellen. Auch und gerade bei Spielen. Order Lake ist nicht nur gut verfügbar, sondern liefert einen kleinen Vorblick in die Zukunft. Durch die Performance- und Effizienzkerne im Desktop-Bereich bewegen sich CPUs in Richtung eines durchdachteren, feineren Betriebs, bei dem Soft- und Hardware durch Priorisierungsalgorithmen und Hardware-Unter-Einheiten wie dem Intel Thread Director effizienter eingesetzt werden können. Die immer selteneren Probleme durch die Kombination von Pi und E-Cores sollten spätestens im Laufe des nächsten Jahres seitens der Spiele- und Anwenderentwickler eingestampft sein. Für alle anderen Anwendungen wird es weiterhin die Möglichkeit des Legacy-Game-Modus im UEFI-BIOS geben. Welche Desktop-CPU-Neuerungen AMD als Antwort auf Order Lake konkret bereithält, steht zum aktuellen Zeitpunkt des Verfassens noch aus. Genauere Informationen werden bei der CES 2022 erwartet. Leakern zufolge stehen mindestens einige Zen 3-Refresh-Modelle mit TSMC-Node 6-Herstellung, Warhol, bereit. Für den Server-Bereich werden bereits erste Zen 4-Fortschritte mit 5nm und DDR5-Support im ersten Quartal 2022 erwartet. Für den Endkonsumenten wird die neue AMD Desktop Zen 4-Generation, Raphael, mit DDR5 frühestens erst gegen Ende des Jahres erwartet. Big-little-Konzepte wie bei Intel und mobilen RRM-Chips werden bei AMD voraussichtlich erst mit Zen 5 nach 2022 Einzug halten. Den ersten Leaks zufolge wird die nächste Intel-CPU-Desktop-Generation, Raptor Lake, im vierten Quartal vor allem auf mehr Effizienzkerne setzen und wenn, dann eher eine kleine Evolution werden. Inwieweit der größere Fokus auf die kleineren E-Cores sich gegen AMDs herkömmliche Kerne schlagen wird, bleibt abzuwarten. Auch wenn renommierte Leaker wie MorseLawistat von einem DDR4-Support berichten, ist noch nicht gesichert, ob Raptor Lake wie Aller Lake tatsächlich auf DDR4- und DDR5-Arbeitsprecher setzen wird oder exklusiv mit dem neuen Standard zum Laufen zu bekommen ist. DDR5-Sticks sind zuletzt wegen fehlenden PMIC-Chips nicht nur knapp, sondern werden auch von Sculpern weiterverkauft. Eine Besserung mit einem reichen Angebot an DDR5-Rahmen wird frühestens erst im ersten oder zweiten Quartal 2022 zu erwarten sein. Wem die Aller Lake Airsports Z690 in DDR4- und DDR5-Ausführungen zu kostspielig sind, der könnte wohl bereits Anfang des Jahres mit den weniger üppig ausgestatteten H670, B660 und H610 Mainboards valide Alternativen finden. Die nächste große CPU-Revolution wird seitens Intel recht sicher erst mit Meteor Lake und Intel Note 4 2023 erscheinen. Ob bis dahin PCIe 5.0-SSDs für spürbaren Hardware-Fortschritt sorgen, bleibt noch völlig offen. Angesichts der momentanen PCIe 4.0-SSDs ist eine gewisse Skepsis allerdings durchaus nachvollziehbar. Auch der GPU-Bereich erfährt 2022 wohl interessante Neuzugänge. Die Gerüchteküche brodelt und spuckt mit bereits etablierten Leakern wie Hongqing 2020 und Morse Law is Dead Details zu einer RTX 3050 mit 8GB GDDR6 128-Bit-Speicher aus, die noch Ende Januar erscheinen und ungefähr auf dem Performance-Level einer RTX 2060 liegen sollen. Auf Seiten AMDs soll die kleine RDNA-2-Karte RX 6500 XT mit gerade mal 4GB VRAM und Navi 24 GPU kurz davor erscheinen. Leistungstechnisch dürfte solch eine Low-End-Karte eher für ältere und leichtere Spiele im Full-HD-Bereich reichen. Für anspruchsvollere und sehr gut betuchte Spieler wird es relativ sicher direkt Anfang des Jahres durch den Nvidia Ampere Refresh mit der RTX 3090 Ti und 21 Gigabit schnellen Micron-Speicher eine neue GPU-Krone geben. Nicht nur der Preis dürfte saftig werden, auch der Stromverbrauch nähert sich aller Wahrscheinlichkeit einer schmerzhaften Grenze. Eine Grenze, die durch Nvidias nächste GPU-Generation Lavelace noch weiter in problematische 550-Watt-Höllen getrieben werden könnte. Ein Lavelace Release 2022 ist nicht in Stein gemeißelt. Momentan sollte man frühestens mit dem letzten Quartal rechnen. Während bei der Ampere-Generation die Verhandlungen Nvidia zu Samsung als Tipp-Produzenten führten, könnte es mit Lavelace erneut der Halbleiterhersteller TSMC mit 5nm Größe werden. Wer nicht so lange warten kann, könnte mit den mit Mehrspeicher ausgerüsteten RTX 3080 und 3070 Ti-Varianten Glück haben. Nur günstig wird es trotzdem nicht. Nvidia selbst äußert sich übrigens auch eher nüchtern. 2022 wird also garantiert nicht das Jahr des übermäßigen RTX-Milch-und-Honig-Landes. Intel-CEO Pat Gelsinger kommuniziert ein Dogma gebetsmühlenartig. Wenig überraschend so als CEO. Intel hat Ambitionen und will in weitere Marktbereiche expandieren. Für hoffentlich ansehnlichen Trudel dürfte der neue GPU-Mitbewerber mit dem im ersten Quartal erscheinenden XE-HPG-ARC-Grafikkarten sorgen. XE steht für die neue skalierbare GPU-Architektur von Intel. HPG schlicht für High-Performance-Gaming. ARC wird der Marketing-Name der GPU-Reihe. Die erste Iteration erscheint voraussichtlich bereits Ende des ersten Quartals mit der Intel-ARC-Alchemist-Reihe für Mobilgeräte. Die Desktop-Varianten sollen kurz danach folgen. Die auf die Folgejahre fallenden verbesserten XE-HPG-Kerne werden auf die Namen Battlemage, Celestial und Druid hören. Statt auf die eigene Intel 10nm Chip-Herstellung setzt die erste XE-HPG-Version auf TSMCs Node-6-Verfahren. Welches Performance-Level HPG letztendlich maximal erreicht, ist noch nicht offiziell verkündet. Raytracing soll aber unterstützt werden. In der Intel-Let's-Play-Präsentation werden zwar keine Benchmark-Ergebnisse gezeigt, allerdings sind unter dem Anschauungsmaterial auch Spiele wie Metro Exodus, Forza Horizon 4 und Crysis Remastered vertreten. Was zweifellos bei schwacher Hardware helfen wird, ist Intels Open-Source-Upscaling-XE-Super-Sampling, kurz XISS, das mit den entsprechenden Upscaling-Technologien von AMD und Nvidia mithalten soll. Ohne Software nützt auch die beste Hardware nichts. Inwieweit Intel mit den XE-GPUs überzeugen kann, hängt nicht zuletzt auch von den ARC-Treibern und XISS ab. Um mit den Software-Suits und Upscaling-Methoden von AMD und Nvidia mithalten zu können, wird das technische Team von Intel brillieren müssen. Die ersten Vergleichs-Videos und Bilder mit XISS können sich durchaus sehen lassen. Doch auch die Konkurrenz schläft nicht. Mit immer weiterentwickelten Upscaling-Methoden und Feature-Paketen wie Nvidia Steel SS und Image Scaling oder AMD's FidelityFX Super Resolution werden am Ende des Tages durch die gestiegene Konkurrenz vor allem Spieler einen Vorteil durch größere Upscaling-Auswahl genießen. Beim Thema Software-Auswahl sorgt unter anderem Steam-Betreiber Valve für Fortschritt im Bereich Betriebssystem-Auswahl. Denn die Windows-Kompatibilitätsschicht Proton ermöglicht unter Linux-Distributionen seit kurzem nicht nur DLSS-Upscaling für RTX-Grafikkarten, sondern auch erste Spieletitel mit Anti-Cheat-Software wie BattleEye. Die Fortschritte von Valve's Proton im Linux-Spiele-Segment graben den Nutzern eine vielfältigere Alternative zum klassischen Windows 10 und neuerdings Windows 11. Eine größere Unabhängigkeit vom Microsoft-Betriebssystem gibt Valve unter anderem auch mehr Möglichkeiten, in andere Bereiche wie dem Handheld-PC Steam Deck mit Linux Arch zu expandieren. Die Switch-Alternative mag für einige Desktop-Enthusiasten langweilig wirken, allerdings sind die technischen Fortschritte von Valve nicht zu verachten. Denn je reicher das Angebot, umso besser für den Anwender. Besonders für Spieler ist Hardware logischerweise nur die halbe Miete. Indie-Titel wie Stardew Valley werden auch ohne High-End-Komponenten problemlos spielbar sein. Fordernde Gerüste wie die Unreal Engine 5 hingegen werden nicht nur durch leicht implementiertes Raytracing und Upscaling für schnaufende Rechner sorgen, sondern auch durch Detailarbeiten bei Polygonzahl und feinere Sichtweitenmechanik visuell beeindruckendere Ergebnisse liefern können. Erste Tech-Demos wie die Matrix Awakens-Vorstellungen für Konsolen zeigen bereits jetzt, wie hochwertige Spieleproduktionen 2022 aussehen können. Zu den bekanntesten Unreal Engine 5-Titeln gehören Stalker 2, Senua Saga Hellblade 2, Black Myth Wukong und ja, auch Fortnite. Abseits der Unreal Engine werden PC-Spiele wie Elden Ring, Elex 2 und Starfield das Herz vieler RPG-Fans höher schlagen lassen. An der nicht aufhaltenden Remake-Front dürften das ikonische Gothic, Dead Space und Prince of Persia The Sense of Time herhalten. PC-Portierungen wie God of War und Monster Hunter Rise sind bereits im Januar zu erwarten. Die neulich erschienene, quelloffene Open-3D-Engine als Unterprodukt der Linux Foundation soll Hobby- und Studioentwicklern kostenfrei ein solides Technikfundament bieten können. Das Projekt wird unter anderem von bekannten US-Giganten Amazon und weiteren Mitgliedern der Open-3D-Foundation unterstützt. Bis die ersten fertigen Titel mit der durchaus hochwertig wirkenden Engine erscheinen, dürfte allerdings noch einige Zeit vergehen. 2022 wird zweifellos spannend. Durch die fortwährenden Liefer- und Knappheitsprobleme ist allerdings mit keinem Preiswunder zu rechnen. Der Hardware-Markt bleibt an vielen Ecken ein teures Vergnügen. Wer momentan noch halbwegs potente Komponenten sein Eigen nennt, darf sich noch freuen, warten zu können. Bis sich die Preise vor allem im GPU-Segment wieder normalisieren. Für alle anderen können Neuerscheinungen wie Intels Org-Reihe womöglich eine valide Alternative werden. Seitens der Software erwarten uns weitere Evolutionsschritte nicht nur beim Thema Upscaling, sondern auch bei US-Punkten wie Kompatibilität und Features wie Valve's Proton und Microsoft's Direct Storage. Durch die Unreal Engine 5 steht im Kontext der Spiele ein optischer, aber deutlicher Techniksprung bevor. Wir wünschen euch fürs nächste Jahr alles Gute. Lasst uns gerne ein Abo und ein Like da und wie immer bis zum nächsten Mal.